von oben ist doof weil halt hier der puster sitzt logischerweise egal who cares wir gehen rein so meine lieben freunde die die das letzte video dieses preview wochen video gesehen haben wissen ja was jetzt kommt und zwar spielen wir clash royale nein wir spielen erst clash of clans weil ich es einfach wirklich ich kann dem spiel einfach nicht wie soll ich sagen einfach den 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 haaren zu drehen und sagen so jetzt hat supercell einen neuen krassen geilen scheiß rausgebracht und jetzt ist halt pech ich hoffe dass viele von euch das genauso sehen dass es halt wirklich so ist nicht oh hier clash of clans ist tot das sehe ich nicht so klar muss ich ganz ehrlich klar natürlich sagen es ist ganz klar ist weniger geworden und es ist jetzt auch nicht so krass dass ich jetzt sagen müsste ich guck mal jungs ich habe gedacht ich gebe hier für gut und zwar folgende sache ist halt einfach wirklich die dass ich nicht clash royale die schuld dafür gebe dass eventuell clash of clans jetzt nicht mehr so läuft oder sowas sondern man hat ja wirklich schon gemerkt dass viele gesagt haben ey das hat das schockt mich nicht mehr so an und das ist nicht mehr so meins und so weiter und so fort wie gesagt dazu kann ich halt nur sagen gut okay ich finde das spiel immer noch mega geil also ich habe es zeitlich halt einfach in der letzten zeit nicht so krass hinbekommen also so wie ich früher halt mal in anführungsstrichen gesuchtet habe dass ich halt wirklich gesagt habe gut okay kommt jetzt geben wir hier mal richtig gas und durchgängig 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 das ist definitiv nicht der fall aber trotzdem hat es in meinen augen nicht nicht abgenommen für mich für mich sage ich mal so und von daher will ich dem spiel auch halt eben noch die ehre geben dem die ihr wisst was ich meine also den den respekt erweisen was es halt wert ist das spiel einfach ganz klare sache weil das jetzt einfach weg zu werfen und zu sagen oh nee kommt nee ich spiel lieber clash royale nee ist nicht der fall so jetzt gucken wir mal was hier noch so geht alleine weil die angriffe einfach mal so geil sind da kann man auch nicht einfach sagen nee mache ich nicht mehr wie ihr eventuell gesehen habt bin ich jetzt gerade oder habe ich gerade jetzt eine verteidigung eine verteidigung genau genau erst mal war es ein angriff so von deadly united also dieser clan und janne hat hier rausgehauen jetzt denkt ihr euch natürlich auch wie jetzt janne deadly united what the fuck folgende sache ich war wieder im gnadenlos also im cw von einer familienmäßig die clans halten halt wirklich megamäßig zusammen und die haben wieder gerufen und gesagt ey pass auf wie sieht's aus wir haben cw und der heiko wollte mich dabei haben natürlich junge wenn du sagst du möchtest mich dabei haben dann darf ich natürlich nicht sagen nee so und von daher war ich natürlich dabei habe megamäßig verkackt also ich sag's einfach mal so wirklich ich glaube ich hatte bei dem einen angriff bei dem ersten hatte ich irgendwie den 88 prozent und natürlich nicht zwei stände sondern ein war ja klar weil die drachen wieder ganz woanders hingerannt sind aber dazu kommen wir gar nicht weil ich gar nicht mehr in dem clan bin aber ansonsten war es eine richtig coole sache ansonsten hier auch noch mal deadly united ich gucke noch mal kurz für euch hier rein hier habt da nämlich ein hashtag und hier bin ich momentan eben zugange die sind schon etwas älter das heißt also alle die ich sag jetzt mal so ganz realistisch alle die ganz normal sich artikulieren können und wo das alles so passt wo man sagen kann gut okay ich komme auch grundsätzlich mit spielern aus die halt eben 30 40 oder wie auch immer sind die leute dürfen halt auch gerne da mal vorbeischauen der klaren muss jetzt nicht wer weiß wie zu gespammt werden also wenn da halt zehn leute oder sowas anfragen ist das auch vollkommen in ordnung ansonsten machten die mir einen ganz netten eindruck also da kann ich nicht meckern truppen kommen hier hau mal hier mal truppies rein und ein paar bogies ab level 3 bitte naja du kriegst sie sogar schön mit level 6 ähm und dann passt das so jetzt habe ich natürlich alles hier schön verballert und finde ich natürlich nicht so gut so aber ich zeig euch einfach noch mal das war wofür ihr diesen channel halt abonniert habt guckt mal hier haben wir doch mal wieder was was uns alle uns allen gefällt wir haben da was dunkles und wir haben aber wiederum ich sehe auch gerade hier so ein bisschen was trotzdem das heißt also ich komme dann nicht von der unteren flanke sondern ich komme von der von oben ist doof weil halt hier der puster sitzt logischerweise egal who cares wir gehen rein und zwar sagen wir hier knallen wir hier unsere sechs heiler rein wir nehmen noch ein paar mauerbrecherchen und wir sind drin herzlichen dank dafür jetzt muss ich natürlich gucken ich muss ja ja pecker kann natürlich richtig richtig übel in die hose gehen ganz ganz klare geschichte hier ähm da muss man echt wirklich aufpassen dass dann die heiler nicht sagen ach cool ich habe hier einen pecker den ich heilen könnte dann lass den mal heilen und dann heilen sie die queen nicht und dann ist das nicht so schön dann kann da schnell mal was in die hose gehen ähm joa was gibt es sonst zu sagen queen walk läuft ähm dazu habe ich ja noch so ein special ding was ich dann später noch verraten werde wie gesagt so im bereich 20k subs ähm wird es da dann äh was geben und ich denke das gefällt euch mega gut oh ja genau noch schön den king geraged hier ah der kriegt äh da ziemlich böse gleich von der clanburg aufs maul ganz genau ach und jetzt gehen die natürlich jetzt hätte ich auch einen heiler eventuell theoretisch äh opfern können aber das lassen wir jetzt ich ich rage die hier jetzt einfach dass ich hier kein risiko eingehe und dann sollte das laufen hier genau jetzt wird hier die luftabwehr äh ausgeschaltet und ich setze noch zwei heiler hinterher und dann sollten wir hier schön das dunkle ziehen können und dann auch nochmal ganz kurze sache ich habe ja immer wieder diese fragen bekommen ab wann geht der queen walk ab wann ab wann ab wann ich kann jetzt mittlerweile sagen du hast eine queen du kannst ein queen walk machen ganz einfache sache es geht definitiv auch super gut mit einer 1er queen jetzt ohne scheiß das problem ist jetzt spuck ich hier schon rum ähm das problem bam 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 so das problem ist nicht oh naja die hält ja nichts aus weil das wisst ihr alle selber selbst die gemäxte queen ist vom schadenslevel her also sprich von dem schaden den sie einstecken kann schlechter als der 1er king muss man sich einfach mal auf der zunge zergehen lassen das ist leider wirklich so ähm und von daher äh ist es gar nicht so dass die queen jetzt wer weiß wie schnell down geht oder im im gegensatz zu jetzt der 28er queen sage ich jetzt mal eine 1er queen ähm vollkommen banane aber das problem was ihr halt eben am anfang wirklich habt ist halt folgendes ihr werdet äh merken dass euch die zeit viel mehr im nacken sitzt das heißt also die queen kann gar nicht so viel schaffen wie sie jetzt sozusagen zum beispiel bei mir jetzt mit 28 auf der reihe kriegt sage ich jetzt mal und da heißt es halt dann wirklich gut okay ich muss halt ganz genau gucken wo gehe ich halt hin was könnte ich schaffen was könnte ich halt nicht schaffen das ist halt das wichtige nicht läuft halt also wie gesagt das ist das wofür ihr diesen channel abonniert habt ja also wirklich netter queen walk und mittlerweile ich haus einfach mal raus ihr kennt das ja so ein queen walk und zwar habe ich ja ich lass die katze aus dem sack ähm ihr kennt das ja hier mit diesem merchandise zeug und bitte kauft mein shirt und so weiter und so fort kennt ihr alles so ich bin das wisst ihr ja selber ich bin da nicht so ganz der freund von von diesem ganzen oh ich mache jetzt hier die mega kohle und so weiter und so fort und das wollte ich auch nie so machen halt klar logisch und ich habe mir aber überlegt was könnte man denn dann bringen ich habe das ja schon das ein oder andere mal so ein bisschen erwähnt was da so kommen könnte und zwar will ich jetzt die katze aus dem sack lassen ich werde bügelbilder entwerfen das heißt ich mache die halt klar logisch und dann mache ich das halt wirklich so dass ich halt sage gut ok bestimmte texte wie zum beispiel directly in the face from the gegner oder auch zum beispiel was mir ziemlich ziemlich gut gefällt ist einfach mal ganz stylisch das wort queen walker und ja weil ihr wisst es selber also ihr es steht ja auch immer wieder in den kommentaren oh hier der guzua der kann den queen walk und so weiter und so fort und da dachte ich mir alter ey so hier ich sage jetzt mal hier so zum beispiel im oberen bereich oder sowas hier schön stylisch queen walker drauf zu stehen und die sache ist halt einfach wirklich die jeder hat ein shirt jeder hat ein shirt jeder hat ein pullover oder wie auch immer und sagt sich halt oh ja den würde ich halt gerne ein bisschen schöner haben beziehungsweise ich würde halt eben ein bisschen was individuell vom guzua drauf haben wollen und klar und dann geht sowas halt und jetzt würde man natürlich raushauen und sagen ja hier guck mal hier so ein bügelbild kriegt ihr hier für 5 euro und dann ist alles cool selbst das wäre ja theoretisch sage ich jetzt mal wäre es ja vertretbar also es würde ja in ordnung sein aber ich sage mir halt einfach wieder warum soll ich so viel so viel geld damit machen weil ihr irgendeinen style von mir halt haben wollt da reicht ein euro ich sage mir einfach hey zack ein euro und dann die versandkosten das sind irgendwie 70 cent und das war's das heißt also man hat einen aufnäher für 1,70 wenn man vielleicht 2 nimmt hat man halt für 2,70 hat man halt nicht einen aufnäher sondern halt so ein bügelbild und dann läuft das und da sehe ich irgendwo ein bisschen mehr sinn drin als halt wie gesagt zu sagen gut okay kommt hier holt euch das shirt und so weiter und so fort also es ist meine meinung ich möchte hier niemanden an pranger stellen oder sowas das darf jeder machen wie er möchte ganz klare geschichte aber genau so ein ding ganz klare geschichte das wäre halt auch ziemlich geil ähm so leute bin wieder da Maximus haut raus naja oh yeah auch nicht schlecht und natürlich coole truppen aber ich glaube ihr wisst wie ich das halt meine und haut das mal in die kommentare nicht einfach nur dass man sagt oh gut okay ich habe wieder schön viel kommentare auf das video weil sind wir mal ehrlich dadurch bekommt man auch kein geld sondern einfach wirklich dass man sieht ey ah ja da ist interesse da und wie gesagt grundsätzlich community mäßig bin ich mega mega zufrieden mit euch so wie das halt momentan echt läuft also wirklich auch mit diesem mit dem video wo ich halt gesagt habe ey hier kommt ich habe grippe liegt gerade halt flach nicht das oh man warum kommt nichts sondern halt wirklich dass man sagen kann ey das sind halt auch wenn es jüngere menschen sind ja einfach mal auch wenn es jüngere leute sind kommt nicht komm warum mach doch mal trotzdem und wie auch immer nein da ist komplettes verständnis dafür da gewesen wir haben alle gesagt ey komm hier gute besserung und so weiter und so fort und das ist einfach mega genial so möchte ich das und so soll das auch weiterhin laufen ganz klare sache und das das finde ich halt eben so mega cool und äh das gibt eben auch immer wieder irgendwo ein push ganz klare geschichte ähm jo so das haben wir dazu jetzt habe ich natürlich wieder geblabelt und gefaselt wie auch immer aber das musste einfach mal raus und äh ja finde ich mega mega cool äh wie das momentan läuft und ich würde auch nochmal sagen der Win des Monats hehehe geht definitiv an diese Jax hau raus also läuft auf jeden Fall bei ihm also er hat einfach mal in glaube ich einer Woche fast 10k gemacht das läuft auf jeden Fall also das läuft richtig richtig fett ähm und äh finde ich richtig richtig nice also Glückwunsch Keule an dich auch wenn du mich krank gemacht hast ja ich habe die Grippe durch diese Jax bekommen weil der alte Sack war nämlich schon kränklich als er hier angekommen ist in Hamburg und wirklich kurz danach waren wir halt alle beide also Lichtle und ich halt eben auch noch total im Arsch und da hat er uns halt einfach mal angesteckt das war es erstmal für diese Folge dann kommt dann hoffentlich dann als nächstes Clash Royale dann irgendwie GTA mal gucken wie das läuft ja also wie gesagt lasst es mich wissen wie es aussieht mit diesen mit den Bügelbildern das wäre halt mega interessant gebt einfach mal ein Feedback wie euch das gefällt ähm ob das was für euch wäre wie gesagt es geht nicht darum dass ich jetzt hier irgendwie ähm hunderttausend Bestellungen davon habe sondern einfach wirklich ich will euch irgendwie was wiedergeben ähm und es soll halt nicht so megamäßig viel kosten ganz 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 wichtig also wie gesagt es geht mir halt wirklich darum dass es halt nicht so ist oh hier 50 Euro für irgendwie irgendwas nur das man sagen kann ich habe was vom Guzoa das geht auch günstiger und ich glaube wirklich halt wenn man halt so ein so ein so ein Pullover hat sag ich mal der ihm echt mega geil gefällt wo man sagt ey cool den ziehe ich eh grundsätzlich super gerne an da dann halt eben so eine Individualisierung dran das ist doch geil also das gefällt mir halt mega und ähm dann warum nicht oder also das wäre schon so eine ziemlich geile Geschichte so jetzt habe ich wie gesagt genug gequatscht ich hoffe es hat euch gefallen und ihr haut rein wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao